Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Herzlich willkommen mal wieder zur Wochenvorschau. In dieser Woche ist das Königreich der Woche Kluftsinne. Demzufolge kann man da in die Tiefengewölbe reingehen, aber eben keine Erkundungen spielen. Gut, Prüfungen sind da auch möglich, die epischen Prüfungen. Wir gucken uns gleich mal das Tiefengewölbe an. Da will ich als erstes rein, um gleich mal zu zeigen, welches Team man da spielen könnte. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ich finde, sehr passend an Positionen ist die Orken. Ich mag die wirklich gerne zu spielen, weil die immer an Position 1 ist und hat dann auch 50% Schädelschadenreduktion. Also das finde ich schon mal ziemlich cool. Dann betäube den ersten Feind und danach lasse ein Edelstein explodieren, verstärkt durch mein Leben. Am Anfang wird sie noch ziemlich viel Leben haben. So schnell geht das ja auch nicht weg durch den Schädelschaden, durch den Schutz davor. Und das bedeutet also, dass sie sehr viel vom Spielfeld explodieren lässt. Ist also eigentlich ein Mana-Sammler, der gut geschützt ist. Und ich habe noch einen Mana-Sammler drin, den Flammentroll. Der verdoppelt die Anzahl der roten Edelsteine auf dem Spielfeld. Und er schafft dann noch drei zusätzliche. Also wird man da ziemlich sicher viele Vierer, Fünfer und so weiter bekommen. Das Rot geht auf den Magmadrachen. Und das ist die Figur, die bei mir den Schaden macht. Füge allen Feinden 60 Schaden zu, verstärkt durch Rot und auch Braun. Verstärkungsrate ist nur 2 zu 1, das ist nicht so toll. Aber immerhin fügt allen Feinden Schaden zu. Und der sorgt auch für einen ständigen roten Sturm. Also von daher hat man immer auch Rot auf dem Spielfeld. Und auch die Waffe ist ein Mana-Sammler. Lass rote Edelsteine explodieren. Alle aus Klupfzinde kriegen noch einen Statuseffekt und er beschwört auch nach. So, das ist auf jeden Fall die sichere Variante, die aber noch nicht so viel Schaden macht. Und ich würde sagen, das ist eine sehr gute Basis für euch. Dass ihr mal guckt, was ihr so habt und wie ihr dieses Team noch ein bisschen vielleicht anpassen könnt. Also wenn ihr sowas habt, wie den Roten Drachen oder einer dieser Roten Drachen, die allen Feinden Schaden zu fügen. Dann kann man den zum Beispiel hier reinsetzen. Und je nachdem, was man glaubt, was nicht so wichtig ist. Den Flammentroll vielleicht rausnehmen. Muss man natürlich aufpassen, dass es sich wegen den Farben nicht beißt mit dem Magmadrachen. Vielleicht nimmt man auch einfach den Magmadrachen raus, nur dann hat man keinen Roten Sturm. Da müsst ihr vielleicht aufpassen. Ansonsten auch Infernus ist eine gute Möglichkeit, hier noch mit reinzupacken. Amarok sowieso. Den würde ich allerdings eher dann an Position einsetzen. Salamandria fügt den ersten beiden Waren Schaden zu ziemlich viel. Ist auch eine Möglichkeit, mit ihr zu spielen. Also ihr könnt jetzt ein bisschen hier einsetzen, wen ihr wollt und dieses Team, sagen wir mal, einen davon wegnehmen. Ihr habt drei Mana-Sammler. Wenn ihr den Flammentroll rausnehmt oder die Orkin, könnt ihr noch einen Schadensmacher reinsetzen. Und das halt, was immer ihr da habt, was immer ihr glaubt, spielen zu wollen oder auch Schaden macht, würde ich da noch mit reinsetzen. Ja, ich denke, dass ich in meinem Fall sehr gerne mit dem Drachen spielen werde. Und ich denke mal, ich packe den hier unten rein. Der wird ziemlich schnell voll. Und ja, ich kann mir das vorstellen, dass der vielleicht sogar vor dem Flammentroll drin ist. Also ich glaube, ich würde das so spielen. Dann sind Rot und Lila für den Meteori dann nicht blockiert. Blau geht auf den Flammentroll. Die Farben sind sehr schön verteilt und ausgeglichen. Das würde ich als meinen Hauptteam ansehen. Jetzt kommen wir noch zur Klasse. Die ist gar nicht so wichtig. Ihr könnt natürlich mit Sonnensperr spielen, wegen des ständigen roten Sturms. Aber ihr habt ja durch Magmadrachen einen roten Sturm, wenn ihr mit dem spielt. Und wenn ihr mit dem nicht spielt, dann ist Sonnensperr vielleicht sogar die gute Variante. Aber Elementarmagie wäre auch möglich und so. Aber viel Rot und ein roter Sturm fette ich schon sehr sinnvoll. Okay, ich glaube, das reicht. Da habt ihr jetzt genügend Ideen, wie ihr euer Team bauen könnt. Und ja, viel Spaß im Tiefengewölbe. Dann gucken wir uns doch gleich mal an, was es alles noch so für Events gibt. Es gibt eine neue seltene Einheit. Den Geister-Oger. Also der Geister-Oger, wo haben wir den? Beim Shop und beim wöchentlichen Event, da ist der Geister-Oger. Mal gucken. Der fügt einem Feind Schaden zu und lässt dann ein bis vier Geister-Edelsteine explodieren. Immerhin, er hat eine 15%-ige Chance. Ja, ich werde mit dieser Einheit nicht spielen. Es gibt andere Figuren, die viel mehr explodieren lassen und nicht nur ein oder bis zu vier. Das kann ja auch nur einer sein, selbst wenn vier liegen. Und dann einem Feind Schaden zufügen ist nichts. Wieder mal so etwas, was das Spiel unfassbar, wie soll ich sagen, voll macht mit neuen Figuren, die aber keiner spielen will. Ja, das ist der Geister-Oger. Trotzdem kauft man den sich, weil natürlich das Königreich dann auch dadurch wieder eventuell eine Stufe aufsteigt. Kluftzimmer. Kluftzimmer hat dadurch eine weitere Figur drin. Können wir mal gucken bei der Stärke. Werte Kluftzimmer auf 18 auf. Okay, das muss ich erst machen. Jedenfalls in meinem Fall. Aber ihr seht ja, ihr braucht hier auch immer aufgewertete Einheiten und so. Und deswegen nimmt man diese Figur eigentlich fast immer mit. Und ja, habe ich jetzt gemacht, auch wenn sie nicht so wertvoll ist. Ein weiteres Event ist natürlich das Gilden- oder Welt-Event. Durch Flamme, nee, durch Feuer. Durch Feuer und Flamme. Na, dann gucken wir uns das mal an. Kann man natürlich auch finden, wenn man direkt auf Gilde geht und dann hier auf das Event. Ja, mal wieder ein Event mit den mehreren Kämpfen auf dem Spielfeld, wo man sich immer einen aussuchen kann und so weiter. Kennt ihr ja schon. Das war ja über Jahre das wöchentliche Event. Hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Ja, und man braucht immer Orden. Die kann man im Shop bekommen. Auf Stufe 1 gibt es die Token schon. Stufe 2 gibt es dann zwei Token. Steht hier unten. Und wenn man entsprechend die Token holt, dann kann man irgendwann davon auch Orden herstellen. Und diese Orden sind immer ganz wichtig, weil sie euch sehr, sehr viel mehr Schaden geben. Allerdings muss man gucken, ob es Magieschaden ist oder Schädelschaden. Und da wollen wir mal schauen, was macht der Orden. Moment. Hier oben kann ich sehen, 40% Schädelschaden oder 160. Das wollen wir haben. Aber Schädelschaden, okay. Müssen wir also ein Team bauen, wenn das überhaupt möglich ist, was möglichst viel Schädelschaden macht. Okay, gut. Was darf man denn als Team überhaupt verwenden? Man darf nur Krieger oder Generatoren sozusagen verwenden, die Rot und Braun haben. Okay, und auch dazu habe ich was vorbereitet, weil ich denke, ihr habt keine Schwierigkeit in dem Event Mana zu bekommen. Und stellvertretend dafür habe ich jetzt hier mal vier wunderbare Mana-Sammler euch aufgelistet, die ihr alle in euer Team packen könnt, aber nicht gleichzeitig. Es kommt vielleicht noch Divinia dazu, die will ich hier noch zeigen. Also Borg lässt 52 Edelsteine in meinem Fall zerstören, je nach Magiewert. Marielith 54, je nach Magiewert. Ragnagord lässt 50 Edelsteine explodieren, also quasi das gesamte Spielfeld einer bestimmten Farbe, die man sich dann aussuchen muss. Und die Harpie Magerin lässt auch das ganze Spielfeld explodieren. Da muss man sich einen Verbündeten aussuchen und eine dieser Farben der Verbündeten oder des Verbündeten, das wird dann explodieren. Allerdings wird sie einen braunen Sturm danach erschaffen. Das muss man noch wissen, wenn man sie einsetzen will. Divinia wäre auch noch eine Möglichkeit, lass alle Roten explodieren. Passt gut, wenn man mit Rot spielt und einen roten Sturm hat, dann wäre das super. Ja, und mindestens einen von denen sollte man im Team haben. Aber da seid ihr ziemlich flexibel. Und ich würde auch einen dieser Mana-Sammler an Position 1 oder auf jeden Fall 2 stellen, damit die so schnell wie möglich voll werden. Aber wenn die voll geworden sind, dann sollte das kein Problem sein. Was allerdings ein Problem ist, ist Schädelschaden. Weil durch die Orden kriegen wir ja eine Menge Schädelschaden. Allerdings müssen wir überhaupt erstmal Schädel erzeugen. Und wenn ich mir diese Figuren hier angucke, dann sehe ich, da gibt es nicht sehr viele Figuren, die Schädelschaden machen. Es gibt natürlich Tina und Tina macht auch richtig viel Schaden. Das wäre auch toll, aber eben kein Schädelschaden. Wenn ich also den Bonus von den Orden mitnehmen will, dann brauche ich, es gibt eigentlich nur Rad-Armon. Ich schaffe eine Mischung aus Lila und Schädel. Heißt das, wir sind gezwungen mit dem zu spielen? Irgendwie schon, weil wir ja, wenn wir mit Schädelschaden spielen wollen, dann brauchen wir den ja. Der muss allerdings nicht an Position 1, weil er schafft ja die Schädel und an Position 1 ist derjenige, der Schädelschaden macht. Also könnte man sich vielleicht überlegen, ob man da noch jemanden findet, der beim Schädelschaden noch einen Bonus kriegt oder so. Aber das ist nicht das Wichtige. Man müsste mit möglichst einem lilanen Sturm spielen. Das ist fast schon Voraussetzung für Rad-Armon. Weil man ja auch Lila erschafft und man will ja möglichst immer am Zug bleiben. Lila braucht er selbst, das heißt er kann sich wieder füllen und so. Also mit Schädelschaden sollte man dann tatsächlich mit Rad-Armon spielen. Man kann natürlich auch anders agieren. Man könnte zum Beispiel mit Pesea spielen. Pesea zerstört ja alle Grün und erschafft dann nach Blau und so. Aber was der kann, er verschlingt. Man kann natürlich auch die Feinde dadurch dezimieren, dass man die Gegner einfach verschlingt. Und Pesea wäre so eine Möglichkeit, da hat man immer zwei unabhängige Chancen, einen zufälligen Feind zu verschlingen, wenn man den auslöst. Das ist also auch eine Alternative. Dann bräuchte man den Schädelschaden gar nicht so unbedingt einsetzen. Und wenn der dann verschlungen hat, dann kriegt der ja ganz viel Werte dazu. Und das haut natürlich rein. Also vielleicht kann man sogar mit beiden spielen. Das wäre natürlich interessant. Ach, ich setze so mal ein Team zusammen und zeige euch mal, wie ich versuche, mit beiden gleichzeitig zu spielen. Allerdings hat natürlich nicht jeder diese Figuren. Das ist natürlich ganz schön teuer sozusagen, die im Team zu haben. Da muss man ja schon einige mythische haben. Oder zumindest wenigstens diese beiden halt. Gut, ich glaube, ich gucke gerade noch mal so durch, was ich hier sonst noch so sehe. Ja, das meiste ist eigentlich nur Magie-Schaden, was ich so erkennen kann. Ja, dann macht das wohl am meisten Sinn, mit einer dieser beiden zu spielen. Okay, ich stelle ein Team zusammen. Ich habe mir dieses Team jetzt zusammengestellt. Borg wird der Mana-Sammler sein. Das heißt, ich muss auf Gelb gehen. Deswegen habe ich beim Banner auch Gelb mindestens einmal drin. Man könnte vielleicht auch plus zwei Gelbe machen. Einfach damit Borg schnell voll wird. Weil wenn der voll ist, dann funktioniert dieses Team sofort. Aber man spielt ja eh mit Tränken. Das heißt also, dass man sowieso relativ zügig voll wird. Auch mit Borg. Ja, und Pesea wird dann einfach grün zerstören und blau erschaffen. Das ist für ihn selbst gut, weil er dann schnell wieder voll wird. Und dann kann er eben eventuell einen Feind einfach verschlingen. Ich glaube, nach wie vor ist es nicht unbedingt nötig, mit den beiden zu spielen. Damit meine ich Radamon und Pesea. Vielleicht reicht einer von beiden schon aus. Weil hätte Pesea einen verschlungen, dann ist der sowieso quasi unzerstörbar. Und mit ein bisschen Schädelschaden, also mit einfach nur einem Dreier, macht er dann sowieso sehr, sehr viel Schaden. Also da müsst ihr einfach hoffen, dass entsprechend ein Dreierschädel mal nachfällt. Und dann ist das schon ausreichend. Also statt Pesea könnte man auch noch einen zusätzlichen Mana-Sammler reinnehmen. Plus Borg und Radamon. Und dann bei der Waffe vielleicht noch. Es gibt ja auch Waffen, wie zum Beispiel hier. Armbrust der Verdammnis. Die auch Schädel erzeugen. Also man könnte bei den Waffen noch eine reinnehmen. Habe ich jetzt nicht gemacht. In meinem Team lasse ich Lila explodieren. Und beschwöre entsprechend nach. Und ja, Radamon ist für mich die Hauptfigur. Nochmal, vielleicht kann man Pesea rausnehmen und einen Mana-Sammler reinpacken. Oder auch Radamon rausnehmen. Aber der Lilane Sturm, der wird auch irgendwann mal nachlassen. Dann ist das natürlich nicht so toll mit Radamon. Aber auf der anderen Seite, wenn das klappt, dass er sehr viel Lila erzeugt und wieder an Spiel kommt, dann macht er hintereinander sehr, sehr viel Schädelschaden. Und dann sind die Gegner vielleicht allein da schon ziemlich schnell weg. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wie immer gebe ich ja mehrere Möglichkeiten so vor. Und mach nicht ein festes Team-Spiel so, sondern gebt euch ein bisschen zur Auswahl. Dann könnt ihr mehr gucken, was ihr dann eigentlich zur Verfügung habt und was bei euch funktionieren könnte. Gut, habt ihr andere Vorschläge, Ideen oder so, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Aber ich glaube, so oder so ähnlich würde das schon ziemlich gut funktionieren. Weiter zu den... Achso, halt, eine Sache noch. Bei dem Gilden-Event natürlich, welche Kämpfe sollte man denn da machen? Das will ich noch ganz kurz erklären. Dieses Event ist in drei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase kriegt man nur diese drei Kämpfe, die ihr hier seht. Der Geister-Oga ist der schlechteste Kampf. Lava-Troll wäre schon besser, aber noch besser ist der Wasserspeier. Den sollte man also am Anfang machen. In der zweiten Phase, nachdem man also 15 Mal gewonnen hat, kommt man in die zweite Phase. Dann kommt noch dazu der Kampf gegen Drakos und gegen Uwashkar. Und beide Kämpfe sind eigentlich gleichwertig. Da aber die Kämpfe mehr Punkte geben, je öfter man sie kämpft, sollte man versuchen, immer den Kampf mit dem höchsten Level von den beiden auszuwählen. Und dann in der dritten Phase kommt noch der Kampf gegen den arachnaischen Weber dazu. Da muss man aufpassen, der Weber ist sehr immun gegen ganz viele Sachen. Da müsst ihr bei eurem Team aufpassen, ob das dann entsprechend auch passt gegen den Weber. Der Weber ist natürlich der beste Kampf, der gibt am meisten Punkte, den solltet ihr immer machen. Und danach einen der beiden, Drakos oder Uwashkar, und zwar den höheren von beiden. Dann kommt der Wasserspeier, der Lava-Troll und der Geister-Oga. Ab in die Seelenschmiede. Jetzt wird's spannend. Bei den Waffen kann ich Flämme verkaufen und das sollte ich machen. Flämme fahr, er schafft nämlich 10 rote Edelsteine und fügt einem einen feinen Schaden zu, wenn man mit einem roten Sturm spielt. Und da gibt's ja einige Teams, auch gerade wegen Yaoguai zum Beispiel, wo man sehr viel Rot gebrauchen kann. Dann ist die Waffe durchaus sinnvoll und da kann man sie gut gebrauchen. Ich glaube, dass sie inzwischen etwas überholt ist. Dadurch, dass wir so viele Mana-Sammelwaffen jetzt im Spiel haben, hat sie etwas an Wert verloren. Trotzdem ist es nach wie vor eine sehr vernünftige Waffe. Keule der Verdammnis sollte man auch holen. Keule der Verdammnis ist eine der Verdammniswaffen, die zu den Besten gehören. Grün in Totenschädel in dem Fall und das kann richtig viel Schaden machen. Eine gute Waffe, die man auch besonders im Kildenkrieg, falls der jemals mal wiederkommt, auch benutzen könnte. Shegras Stachel ist eigentlich auch eine vernünftige Waffe, wenn man mit Riesen spielen will. Dann erschafft sie nämlich eine Mischung aus Blau und Braun. Ist also eine Mischwaffe für Riesen. Noch eine Verdammniswaffe. Richterhammer der Verdammnis, die sollte man allerdings nicht holen, denke ich. Jedenfalls aus meiner Sicht ist sie nicht besonders stark und ich spiele mit ihr quasi nicht. Wump, Wump ist auch eine Mischwaffe für Verbündete aus Kluftzinne. Ja, theoretisch könnte man sie auch mal benutzen in so einem Event, wie wir jetzt haben, wo wir nur Verbündete aus Kluftzinne benutzen dürfen. Zumindest im Tiefengewölbe. Ja, ne. Aber muss man auch nicht immer unbedingt haben. Diese Waffe, die ist für mich ganz wichtig. Herz des Feuergotts rot explodieren lassen und eine Einheit nachbeschwören. Super gut unbedingt holen. Ja, tolle Waffen bisher. Der geschmolzene Schild ist jetzt nicht so toll. Gibt nur eine Barriere und bla bla. Klar, nicht so wichtig. Aufschlitzende Glut. Wandel aller Edelsteine einer Diagonalen in brennende Edelsteine um. Was übrigens rot ist. Das ist gar nicht so schlecht. Allerdings, man verbraucht ein bisschen Zeit, um sich das Spielfeld immer anzugucken und dann zu überlegen, welche Diagonale nehme ich denn da, dass ich dann ein Vierer in oder ein Fünfer in rot kriege und so. Deswegen verlangsamt sie natürlich das eigene Spiel sehr, weil es nicht einfach explodiert und alles flupflupflupflup, bumm bumm und ich habe wieder Mana, sondern das ist halt entsprechend immer, da muss man ganz schön gucken. Deswegen spielen das viele nicht und würde ich auch nicht so empfehlen unbedingt. Dann haben wir noch die Waffe aus, ach ne, ist gar nicht die Waffe aus dem Königreich, sondern Axt des Feuers, füge dem ersten Feind Schaden zu. Danach erschaffe sieben Rote. Eigentlich gar nicht schlecht, hat ja eine Ähnlichkeit zu Flemmefar, nur Flemmefar, wenn man das mal liest, erschafft er erstmal zehn Rote und erschafft 47 Schaden oder macht 47 Schaden, der noch ein bisschen verstärkt wird. Ist natürlich klar besser. Deswegen braucht man die Waffe, aufschlitzende Glut war das? Ähm, ne, Moment, wo war sie denn? Axt des Feuers natürlich, deswegen braucht man die nicht unbedingt. Noch eine Verdammniswaffe, Wahnsinn, Kluftzinne hat echt viele Verdammniswaffen, die ist gar nicht so sinnvoll. Immerhin gibt sie den Verbündeten Magie, aber die ist wahnsinnig teuer und ich glaube, ob man nun dann zehn Magie mehr hat, ich weiß nicht. Immerhin ja, aber dafür eine Waffe im Platz, also auf Opfern, also ich nehme sie nicht. Den Leitstern, der verwandelt Grün in Beute-Edelsteine und danach Gelb in Totenschädel. Ganz interessant, hat sicherlich auch irgendwie eine Berechtigung, wenn man Gelb in Totenschädel umwandeln will. Ähm, aber ich nutze auch die so gut wie nicht. Einheiten. Aber bei den Waffen ist eine Menge Auswahl, also finde ich gar nicht so schlecht. Die mythischen, die man hier kaufen kann, ist Wille von Nisha, eine Figur, die irgendwie okay ist, so im Mittelfeld vielleicht angesiedelt, der mythischen Figuren, stiehlt immerhin Magie, das heißt also, man muss sie mehrfach auslösen, damit sie besser wird und fügt dann allen Feinden immerhin Schaden zu. Und lilane Verbündete kriegen eins am Anfang jedes Zuges leider nur und das ist nicht so dolle. Also irgendwie kann man sie spielen, aber ist nicht gerade überragend. Ähm, Aquaria ist die schlechtere Version von Aquaticus, braucht man auch nicht, füge zufälligen Feinden Schaden zu, sammelt aber kein Mana nach, so wie, äh, Aquaticus das machen würde, also nein. Hüter des Gesetzes auch nein. Wähler eins kann man vergessen, gerade bei mythischen Figuren ist es wichtig, dass man die Besten hat, die, auf die man sich auch verlassen kann, wo man also genau weiß, was passiert auf dem Spielfeld und hier weiß man es eben nicht. Füge Waren Schaden zu, belege ihn mit Todeszeichen oder füge allen anderen Feinden Schaden zu. Das ist natürlich eine Menge, aber dass man das auch sicher bekommt und nicht hier einfach einem Feind Waren Schaden macht, ne, dann, ähm, mag ich das nicht so zu spielen. Und Mandragora ist eine Figur, die Streuschaden macht, was, Streuschaden bedeutet ja immer, dass die, äh, dass die Menge des Schadens aufgeteilt wird auf alle überlebenden Gegner bisher. Und das kann sehr wenig dann sein. Ähm, nun gut, er schaffe aber allerdings noch Lila. Also man kann schon durchaus Teams mit Mandragora bauen, gerade auf Lila basierend und er webt einen zufälligen Feind ein. Also er nimmt auch die Magie der Gegner weg. Außerdem hat er noch Schutz vor Schädelschaden. Also keine schlechte Figur, aber auch nicht so überragend, dass ich unbedingt mit dem spielen muss. Also Nummer 1 für mich, Mandragora, dann Hüter des Gesetzes. Noch Vorwille von Nisha? Ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht. Also, das ist nicht so doll, die Seelenschmiede, finde ich. Ganz kurz noch ein Blick auf, äh, die Einheiten, die in Kluftzene zur Verfügung stehen. Äh, aus dem Grund, weil ihr könnt ja jetzt auch die Event-Schlüssel ausgeben und die Event-Druhen öffnen. Ähm, und dann entsprechend Figuren aus Kluftzene bekommen. Und ich will euch noch erzählen, ob das sich lohnt. Ich gucke mal kurz, kurz bei mir, ob ich welche nicht im Besitz habe. Nein, ich habe schon alle. Gut. Also, es gibt hier mythische Figuren, die gar nicht so schlecht sind. Amarok, von dem halte ich einiges. Infernus sowieso ganz cool, auch wenn er nicht mehr ganz so viel benutzt wird. Ähm, den Drachen gibt es hier nicht. Den muss man sich natürlich in der, äh, Schmiede durch die, also durch die, äh, Dracheneier, muss man sich den entsprechend, äh, zusammenschmieden. Ja, bei den legendären Figuren, Salamandria, ganz okay. Ähm, der Magmadrache ist super. Den, äh, solltet ihr auf jeden Fall haben. Der kann sehr helfen mit dem, äh, Sturm und den, äh, der Tatsache, dass er allen feinen Schaden zufügt, habe ich in vielen Teamen eingebaut. Shaker ist eigentlich auch eine sehr, sehr nette Figur, macht Schädelschaden, schafft auch Rot, ist aber ganz schön glücksabhängig. Also, kann auch mal schief gehen, Shaker im Team zu haben. Man kann aber auch super schnell mit Shaker spielen. Eins meiner schnellsten Teams. Ihr wisst ja, dass ich in meinen Mitglieder, äh, Versionen, äh, auf YouTube auch ganz viele Videos habe über die schnellsten Teams und so. Ein Team davon, äh, hat Shaker drin und, äh, das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ähm, gut, was haben wir noch? Die Trolle ist klar, kann man auch immer benutzen, wenn es, wenn auch gleich die nicht überragend sind. Ach, hier ist die neue Figur der Geister-Oga, den werde ich mal schnell noch, äh, aufwerten. Gut, habe ich das nämlich dann auch im Kasten. Darf ich immer nicht vergessen, sonst, äh, sonst geht das einfach schnell an mir vorbei. Ähm, den Lavawurm, da will ich noch drauf hinweisen, der erschafft Rot. Ähm, er selbst braucht auch Rot, das heißt, das ist eine Möglichkeit zu loopen. Vielleicht für Anfänger eine ganz gute Figur. Fügt dem letzten Feind noch Schaden zu und loopt dann eventuell, indem er wieder voll wird. Braucht ja nur neun Mana mit einem roten Sturm zusammen. Ist das eine vernünftige Figur? Gerade wenn ich noch nicht so viel Auswahl habe, ist die gut. Ähm, das war auch mal die Feuerechse, so ähnlich. Die erschafft inzwischen nur noch drei brennende Edelsteine. Also, was auch Rot ist. Ähm, und das ist schade, weil das war eigentlich die Hauptfigur für Anfänger, wenn man mit Rot gespielt hat mal. Ähm, von der Orken habe ich schon gesprochen, dass ich die sehr, sehr sinnvoll und gut finde. Ja, es gibt ein paar Figuren, es ist nicht so alles überragend, aber den Steinbeißer habe ich in der Arena ganz gerne mal benutzt. Ähm, wenn nämlich ein Feind stirbt, kriege ich sieben auf alle Fähigkeiten. Sowas ist immer dann gut, wenn man niedrige Werte hat. Und in der Arena hat man ja ganz niedrige Werte. Dafür würde ich den benutzen oder habe ich den öfter benutzt. Dafür ist der ganz gut. Ähm, ja, also ein paar vernünftige Figuren, ähm, aber auch nicht so alles überragend, würde ich sagen, bei dem, ähm, bei dem, äh, Königreich. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben natürlich die, äh, die ganzen Events in der Woche. Also Dienstag ist natürlich wieder Angriff aufs Territorium und Mittwoch ist, äh, nee, nicht Klassenprüfung, Haustierrettung. Donnerstag ist Klassenprüfung. Äh, auf die Klassenprüfung gehe ich bewusst jetzt mal nicht drauf ein. Das ist die Kriegsherrklasse und die ist einfach nicht besonders gut. Die braucht man nicht. Das ist, glaube ich, die erste Klasse, die man im Spiel kriegt oder eine der ersten Klassen und die ist leider so schlecht. Man sollte schnell davon weg. Kriegsherr ist nicht dolle. Freitag bis, ja, im Prinzip Montagfrüh, also das Wochenendevent ist Kluft, äh, ist, äh, Kopfgeld und das ist natürlich mit, äh, dem Königreich Kluftzinde verknüpft. Da kommt also eine neue Figur ins Spiel. Also Kopfgeld kennt ihr. Solltet ihr auch unbedingt machen. Super Belohnung. Das beste Einzelspieler-Event, was es in diesem Spiel gibt. Ob ich Sonntag, achso, vielleicht kann ich noch gucken. Hier, Waffenlager. Manche finden das auch interessant. Da gibt es ja auch immer noch eine Waffe, die man sich kaufen könnte. Jede Woche, um seinen Bestand aufzufüllen, damit man in der Sammlung endlich voller ist. Okay. Dann bei den Abenteuern mal kurz noch reingucken. Ja, alles nicht wirklich interessant. Ein bisschen Gold vielleicht. Ähm, ja. Und, äh, was haben wir noch? Die Kampagne, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, in welcher Woche wir gerade sind. Äh, Kapitel 6. Okay, sechste Woche, also offensichtlich. Da habe ich noch einiges nachzuholen, weil ich nicht so viel gespielt habe. Im Prinzip habe ich gar nicht gespielt. Eine Zeit lang, ähm, hat verschiedene Gründe, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ähm, ähm, ich hoffe, am Sonntag, klappt das mit dem Stream. Ich kann aber nach wie vor keine Garantie sagen. Es ist nach wie vor sporadisch. Ich hoffe, am Sonntag kommt das. Ich würde das dann reinschreiben entsprechend in den Benachrichtigungen bei YouTube. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Bedanke mich für's Zusehen. Freue mich auf eure Kommentare. Und, äh, hoffe, ich habe nichts vergessen. Beziehungsweise einen Nachtrag will ich doch noch geben. Mir fällt nämlich gerade noch ein, dass ich bei der, ähm, bei der Zusammenstellung des Teams hier, bei dem Event, noch nicht über die Klasse geredet habe. Da ich ja mit einem lilanen Sturm spiele, nehme ich die Klasse Kugelweber. Ähm, und bei Kugelweber, das ist immer das Erste, was für mich in den Kopf kommt, wenn ich einen lilanen Sturm brauche, kann ich nämlich die Wurzelfalle einstellen. Da bin, dadurch bin ich, äh, sicher. und zum Zweiten den Finstersturm. Das wollte ich vielleicht noch, äh, kurz sagen, falls ihr überlegt, äh, welche Klasse soll ich denn da spielen? Lilanes Sturm ist meistens für mich Kugelweber. Das war's. Ciao. Das war's.